Hey meine Freunde, ich melde mich vom Queenfeld Festival hier in der Schweiz. Das ist ein Interlaken, falls ihr das kennt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dass ihr schon mal hier gewesen seid. Hier seht ihr die Banners, wir gehen jetzt mal aufs Gelände und ich zeige euch mal, wo alles ist. Das Festivalgelände scheint riesig groß zu sein, es gibt auch ganz viel Campinggelände. Hier ist der Eingang und da gibt es so eine, ja, wikingerartige Ecke, so. Auf dem Festivalgelände gibt es einen Mittelaltermarkt, ja, das ist total befremdlich für mich, aber ich feiere das irgendwie. Es ist total fein aufgebaut, man hat ganz viele Zelte mit ganz vielen Verkleidungsstils, sehr, sehr feinen Accessoires, ja, also wirklich sehr, sehr fein. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann mach das bloß bitte weg. Hier seht ihr ein bisschen die Übersicht, hier geht man wieder raus und da seht ihr das Line-Up und hier seht ihr das ganze Geländeplan. Und da kommen die ganzen Zuschauer, die Besucher, hier gibt es die To-Go's und die Not-To-Go's und da ist die Bar. Und was ist ganz, ganz wichtig, was ich noch nie erlebt habe, es gibt einen Lidl auf dem Gelände, einen Lidl-Market, ja, wo man bestellen kann und man kann sich beim Lidl was kaufen. Und die Preise sind wirklich human, also echt günstig. Die Rocker, die sind schon lange leicht angetrunken hier und wir sind hier bei den Gäste-WCs beziehungsweise...